Herzlich Willkommen in Magdeburg, die schöne Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt mit 240.000 Einwohnern. Magdeburg ist besonders Weihnachten sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das 100-Wasser-Haus, sogenannte grüne Stadelle. Ein Traum von Farben und Vollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Stadt Magdeburg ist Glühweinparadies. Es gibt über 50 Sorten von Glühwein in der schönen Hauptstadt des Sachsen-Anhalts. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Stadt Magdeburg wird ausgeschenken. Die Stadt Magdeburg wird ausgeschenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.